Du Bounce! Ach Gott, du Scheiße. Okay, zwei Wege, einer links, einer rechts. Da hinten ist es nicht so viel. Naja, probieren wir erst mal den linken Weg. Okay, in Speicher Heinz. Hallo Speicher Heinz. Wahaha! What the matter, Asher? Can't seem to find the door you are looking for. Paper tells me he knows something. By the way, record your adventures. Yes! Yes! Yay! Okay. Rapidanner! Okay! Okay, Pepe Logo weiß was oder was? Also hier sieht es so aus wie nach Türen. Nö. Er hat was gefunden, okay. Aber ich will jetzt wissen, ob es noch mehr gibt. Jetzt muss ich jeden Raum mit dem Scheißding absuchen oder was? Oh Mann! Rappetang! 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 Okay mein Freund, dann zeigt mir mal an wo es weiter geht hier. Wo war das jetzt? He knows the secret! My friend knows the secret! Okay. Rappetang! Eine Tür gefunden! Und ich bin? Ja mal langsam, mal langsam! Ich will wissen, wo ich bin. Aha, okay, da. Aha, verstehe. Also ich sehe ja auch, wo Räume sind. Dann kann ich das eigentlich auch relativ leicht rausfinden. Okay, jetzt fallen wir erstmal runter. Jo, wieder Tür suchen. Da ist auch einer? Nö, nur eine Tür. Kann man nicht viel falsch machen. Schön. Gut, dann gehen wir rein. RIP NU! RIP NU! Und verschwunden ist er. Okay, wieder gucken, wo ich bin. Aha, okay, also gehen wir erstmal links weiter. Weil das eine Schatztruhe ist, schön. Und Goldbahn. Ach, du Kacke. Ich sehe das schon, dass wir nochmal zurück müssen, weil ich glaube, ich kriege nämlich nochmal Statuen. Hopp. Die Viecher haben wir schon mal gehabt hier. Die sind nicht schlimm. Ähm, ja. Kannst du auch aufsammeln. Okay, hier ist nichts mehr. Nö. Okay. Ach, ich gucke jetzt nicht mehr auf die Karte. Oh man. Wir müssen uns nicht eigentlich eine eigene Karte machen, für die ganzen Wege noch. Okay. Hier ist nichts. Oh. Fuck. 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 Dreckscheiß. Mh. Kacke. Oh man. Okay, den brauchen wir nicht. Sind voll genug. Scheiße. Kommen wir wieder zurück irgendwie. Warte mal, gucken wir mal auf die Karte, wo wir sind. So, wir sind jetzt da. Wir sind ein drunter. Und ja, da gibt es irgendwo. Müsste ich eine Tür geben. Weil da ist ein Gang. Auf der anderen Seite. Da ist Licht am Ende des Tunnels. Aber wir gehen erstmal den Weg. Okay, das sind also Gruben da, diese kleinen Dinger, ja. Okay, da sind nämlich noch mehr von der Scheiße. Gucken wir erstmal, was hier ist. Erstmal hier hochspringen. Okay. Ist hier auch wieder eine Grube? Ne. Ist nicht eingezeichnet, also gibt es keine Grube. Okay. Ach, du Kacke, ey. Nein. Okay. Such Tür. Such Tür, such Tür, such Tür. Such Tür. Such Tür, du Arsch. Aha, hier ist Tür. Hallo Tür. Tür nehmen. Okay. Sind wir in dem Bereich? Darf ich auch nicht extra nachgucken? Oh, komm schon. Schlag, schlag, schlag. Oh, schlag, schlag. Oh nein, nicht gegen Schwert schlagen. Ja, genau. Wenn er so zurück hat, hat das Schwert. Komm. Oh, zu früh. Jetzt. Oh, okay. Und wieder ein Heilungskraut. Oh, das nehmen wir gleich. Das brauchen wir nämlich nicht. Es hat die Power to heal some of your hands. Use it? Yes. Hörb. Use. Okay. Danke schön. Ja, ist gut. Ungeheil. So. Erstmal gehen wir wieder. Gucken wir erstmal, ob hier irgendwelche fallen sind. Anscheinend nicht. Okay. Habe ich zu dicht ran gerutscht. Schlag schon zu, du Arsch. Ah, ich muss das endlich mal lernen. Schlag zu. Wow. Ja, ich gehe nochmal dichter ran, weil ich dachte, er schlägt nicht mehr. Dann schlägt er in dem Moment, das Schwein. Meine Fresse. Komm her. Wow. Ist der dichter gekommen, das Schwein. Guck dir den an. So, hier sehe ich mehr. Komm. Geh doch. Du Affenkind, du. Zwei Dinger an dem verloren. Meine Fresse. Oh Gott, wenn hier aber die Tür ist, dann bin ich am Arsch. Lump of Gold is worth a fortune. Nein. Ich will keine Reichtümer. Ich will. Ah. Gucken, ob hier eine Tür ist. Ich will hier nämlich nicht nochmal reinlatschen müssen dann. Weil dann muss ich nochmal wieder gegen die Wichser kämpfen. Ich muss sowieso nochmal zurück, weil ich eine Schatztour vergessen habe. Ich hoffe, ich komme dann nochmal zurück. Und jetzt muss ich nämlich wieder... Ich muss wahrscheinlich sowieso von Renz vorne nochmal das Ding... Das schneide ich dann aber raus, wenn ich nochmal zurück muss, den einen Goldbaden verkaufen, weil ich es sonst nie mehr tragen kann. Okay, die Tür komme ich nicht ran. Schön. Geil. Aha. Okay. Ähm. Ja, heiz dich mal weg da. Okay. Dann los. Okay, das kriegen wir gebacken. Warte, nicht alle Kanne dicke, wa? Oh Mann. So. Wollen wir nochmal gucken, was passiert. Nein. Okay. Jetzt bin ich hier. Wo ist hier? Da bin ich. Ja, welchen? Nee, jetzt im rechten Teil bin ich wahrscheinlich. Ah ja, klar. Da war ich ja gerade. Ja, genau. Okay. Ah. So. Bevor hier noch eine Fallgrube ist, hier erstmal Schatztour einsammeln. Geld, 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 Geld. Nein. Geld fliegt weg. Das ist Geld wichtiger. So. Gut. Nichts besonderes, nur Geld. Hm. Schade. Okay, mein Freund. Du bist behindert. Mach mir das so. Jo, das kriegen wir hin. Okay, guck nach Fallgruben. Wo ist hier eine Fallgrube? Nee, hier ist keine Fallgrube. Aber hier gibt es noch oben weg. Aber wir kommen nicht mehr ganz zurück, oder? Nee. Scheiße, ich habe die Schatztour vergessen. Jetzt gehen wir erstmal weiter. Oh, Herr. Okay. Gut, da wäre sowieso ein Teil gewesen. Okay, wo ist denn die nächste Fallgrube? Hier ist keine. Gut. Ist hier bestimmt ein Weg? Nee, hier ist gar nichts. Was ist denn das für Quatsch? Warum leuchtet das da so? Geht's hier durch, oder wat? Nee, hier ist gar nichts. Na ja, dann springen wir erstmal noch ganz unten. Yay! Jetzt muss ich wie in der Einschatztruhe sowieso nochmal von vorn. Aber sowieso, weil mein Platz im Inventar nicht reicht. Auch saudumm gemacht. Das ist, das nimmt ein bisschen das Spielelement dieser, dieser Goldbars irgendwie raus. Na, probieren wir erstmal den Weg hier. So, gleich wieder gucken, ob hier wat ist. Wie geht's denn hier weiter eigentlich? Ja, da hinten ist ne Fall. Ja, dann gehen wir erst. Wie war denn dat jetzt? So, ja. Hm. Könnte sein, dass wir da wieder hinkommen dann. Dat wär ganz gut. Ich probier dat erstmal. Also erstmal nochmal ganz, ganz oben. Yay! Wir gehen erstmal ganz oben. Wat war dat denn gerade? Nicht rumhacken hier. Dat ist Quatsch. Merkst selbst, ne? Gut. Ja. Dann probier... Oh, alles klar. Scheiße. Müssen wir nochmal nach ganz unten. Okay, war noch nicht ganz unten. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Hopp. Und jetzt rüber. Komm. Die wollen wir natürlich alle haben. So, wat ist hier? Ich weiß schonmal, dass hier keine Fallgrube ist. Ich bin Gegner. Oh, mas. Oh, mas. Oh, mas. Rutschig ist scheiße, ey. Mein Glück ist das das einzige mit Eis hier. Okay, wat ist hier drin? Saran. Gib wat. Gib ab hier. Wat hast du? Procured Goddess Statue. Okay, wir müssen eh zurück. Jetzt gucke ich mal, ob es noch einen anderen Weg gibt. Das ist ja auch saublöd gemacht. Da wieder hochzukommen. Hör auf zu hacken. Wat hackt denn hier? Hallo? Ey, das ist ein scheiß Mega Drive-Emulator. Was hat denn hier hacken? Hier ist ne Tür. Okay, wo bin ich? Das könnte sogar... Ne, das ist der kleine scheiß Dreiecksraum dort. Hm. Ja, wir gehen jetzt erstmal nochmal da rein. Und dann hoffe ich mal, dass das aufhört hier mit Hacken. Das ist ja totaler Quatsch. Kein Grund dafür. Das ist doch der Dreiecksraum oder nicht? Ja, das ist der Dreiecksraum. Machen wir den erstmal fertig. Dann müssen wir da später nicht mehr hin. Komm ich hier wieder raus? Ja. Hier ist auch wieder ein Ausgang. Und das bestimmt zu ner Ecke, wo ich nicht hinkomme sonst, ne? Ja. Richtig. Aber erstmal gucken wir, was da oben ist. Nix. Hä? Ist hier vielleicht ne Tür versteckt? Ah, komm her! Ist dumm, dass man mit dem nicht laufen kann mehr. Ja, hier ist ne Tür versteckt. Und wo könnte die denn hinführen? Nach oben? Und den Eingang? Ist das so? Das ist ja lustig. Aber das geht nur in eine Richtung, oder was? Aha! Okay, dann hol ich...